Wer bin ich, ich mache es mal ganz salopp, der durchgeknallteste Personalvermittler Deutschlands. Und was biete ich an? Wir suchen für Firmen Mitarbeiter, aber wir vermitteln keine Jobs, sondern wir vermitteln Menschen. Wir suchen Menschen, die zum Naturell des Unternehmers passen. Also wovon wir uns grundsätzlich unterscheiden ist, unsere Stellenbeschreibungen sind sehr lang, meist zwei bis drei Seiten. Da steht drin, was es für ein Umfeld gibt. Kommt der Masseur, wird gemeinsam gekocht. Da steht drin, was der Chef für ein Naturell hat, was ein Mitarbeiter nicht ausstehen kann, wie er einen neuen Mitarbeiter gerne hätte. Was soll er mitbringen, was soll er tun? Ganz wichtige Aussagen.